Die Bilder vom Trainingslager der Bayern zum Durchklicken, Bildergalerie Bundesliga-Clubs Bayern, BVB und Co. Im Trainingslager 9 Bilder der Weihnachtsurlaub ist vorbei, jetzt geht es für die Bundesliga-Clubs wieder los. Der FC Bayern bereitet sich bis zum 10. Januar in Katar auf die am 18. Januar startende Rückrunde vor. Sport 1 zeigt die Bilder aus dem Trainingslager.